Zahlen braucht, was sich bei einem Schläger oder bei Belägen oft schon sehr gut rentiert. Ja, dann bleibt mir nur noch, euch allen viel Spaß zu wünschen und auch, dass jeder den für sich selber erhofften Erfolg einfahren kann. Viel Spaß, ich übergebe an den Bezirksvorsitzenden Hans Fischer. Vielen Dank. Und zwei, Entschuldigung, und drei Damen. Der Bezirksmeister ist automatisch qualifiziert und die restlichen Spiele sind dann über den entsprechenden TTR-Wert von der Liste vom 11.8. entsprechend qualifiziert. Wichtig ist nur die Teilnahme. Ich darf mich beim Ausrichter TV Alldorf für die guten Vorarbeiten, die bisher einwandfrei geklappt haben, rechtzeitig bereits jetzt schon bedanken und hoffe, dass es in den nächsten Stunden auch so weitergeht wie bisher. Euch selbst darf ich recht viel Erfolg beim heutigen Turnier wünschen. Und die Damen sind bereits ausgelost. Wir setzen die Spiele fort mit Aufruf der Damen. Die Auslosung erfolgt unmittelbar danach. Und dann, wenn die Damenspiele aufgerufen sind, dann erfolgt das Endspiel parallel dazu im Herren Doppelder A-Klasse. Danke und viel Erfolg.